Wir sind Teil einer zunehmend vernetzten Welt. Die riesigen, komplexen, sozio-materiellen Fundamente der künstlichen Intelligenz berücksichtigen. Where our bias might be creeping into the systems around you and how you can help work against it. Digitale Mündigkeitsbildung von digitalen BürgerInnen. The key aspect of responsible designing is to be very reflective about how we are thinking about the who and the what we're designing for. Löcher in unserer Vorstellungswelt. What on earth is digital humanities? Die Kommunikationskulturen wandeln sich. Warum können sich Desinformationen eigentlich so schnell und so weit verbreiten? Wir haben einen Teufelskreis. Digitalisierung positiv gestalten. That we can all be more mindful in what technology we accept into our lives. Transparenz, Fairness und Sicherheit. Digitalisierung Chancengericht. Herzlich Willkommen im Kurs Digitales Leben 4.